Hallo Leute, willkommen zu einem kurzen Video. Das wird ein kleines Informationsvideo für meinen Hamster sein. Also, Hamsterin, sag ich mal. Na, guck mal. Ey, nicht beißen. Aber, guck mal hier, Möhre. Ist doch viel besser. Ja. Der Haar, die Hamsterin, heißt auf jeden Fall Zelda. Es ist eine Sie. Sie hat am 19. August Geburtstag und ist zurzeit, denke ich mal, ich glaube sogar, äh, sie ist zweieinhalb Monate alt. So kommt sie noch ein Stück von der Karotte. Hier. Komm, Karotte. Ey, nicht bei der Kühne. Guck mal. Ja, natürlich. Ja, guck mal hier. Oder hier. Ey, du sollst mir nicht in die Hand beißen. Hallo. Ihr Lieblingsfutter sind immer die Mehlwürmer. Ich gebe hier jetzt mal ein. Ich glaube, ich verende das Video jetzt auch, weil ich wollte einfach nur ein kleines Informationsvideo da zu drehen. Und wenn ihr mehr von meinem Hamster sehen wollt, dann lasst jetzt schon mal gerne einen Daumen hoch da. Ihr könnt mich auch kostenlos abonnieren. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Also, morgen. Okay? Ja? Ja? Für doch keine Merege. Vielen Dank.